Hey Leute, willkommen zurück bei Dark Souls Folge 5 und wir haben beim letzten Mal glaube ich ja den Ziegen-Dämonen erledigt und heute gehen wir mal runter in den Wald. Wir könnten auch in die Tiefen gehen, aber ich möchte erstmal in den Wald hier runter gucken. Da gibt es ein paar nette Gegner, die eventuell eine ganze Menge Seelen abwerfen und einen schönen Boss, falls wir den schon packen. Eigentlich würde ich erst in die Tiefen, um da große Scherben zu farmen, aber wir können ja die Waffe noch gar nicht weiter upgraden als über plus 5, wie es in der Zeit ist. Deswegen lassen wir das erstmal. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter, ohne was zu sagen. Hier geht es auch nicht weiter, hier rechts hinterm Ausgang ist auch nichts, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen hier hinten weiter. Tja, dieser Wald, der ist recht übel, zumindest wenn man das erste Mal hier ist. Da kommt schon die erste Gegner angerannt. Drei Schläge für die ist okay. Die trocken gern mal Moos, was Vergiftung heilt. Warte mal, ging es hier schon lang? Ne, hier hinten. Oder? Genau. Ah, genau, der finster Wurzgarten. Hier geht es auch weiter. Auch ein ganz, ganz böses, übles Gelände da unten. Hier geht es runter. Da gehen wir aber später mal weiter. Blutrotum loskunken. So, hier vorne versteckt sich einer. Nein! Lila Moosklumpen. Und Lila Moosklumpen mit Blume. Das sind mit die besten, die man hier bekommen kann. Und eine Soldatenseele hoch, da habe ich fast da runter gelaufen. Kommt jetzt noch einer? Nö, das war's. Okay, da sehen wir eine schicke Tür, ein schickes Tor. Da kommen wir aber nicht durch, da brauchen wir dieses Astorias-Wappen. Kostet 20.000. Und wenn wir hier erstmal durchrollen, kommen wir direkt zu einem Leuchtfeuer. Ziemlich fies versteckt habe ich beim ersten Durchlauf überhaupt nicht gesehen. Und durfte dann jedes Mal den Weg gehen. Was brauchen wir denn für den Auflieg? Vier und halb tausend Seelen schon? Ui. Okay. Gut. Hier ist so ein kleiner Durchgang neben der Tür. Und da haben wir eine Nebelwand. Wir gehen erstmal hier rein. Trifft der denn beim zweiten Schlag nicht? Jetzt. Wenn ich an das Item rangehen würde, würden die ganzen... Achso, weil die in der Animation feststecken, deswegen trifft der zweite Schlag nicht. Okay. Wenn ich nämlich an das Item rangehen würde, würden alle drei... Aus dem Boden springen. Und wenn drei auf einer gleichzeitig einprügeln, dann sind die auch recht übel. Einzelnen gehen, die auch eine Soldatenseele erhalten. Wunderbar. Es gab die tausend Seelen. Gut, gehen wir einfach mal hier durch. Passiert erstmal nichts. Kein Boss, aber... Noch mal ein nettes kleines Gebiet vor einem Boss. Nicht nur erstmal den Baum hier. Das ist auch eine Sache, die ich glaube ich erst beim dritten Modlauf oder jemand mitgekriegt habe. Ich habe die ersten zwei so gut wie ohne Wiki gespielt. Zumindest ohne irgendwelche Secrets zu suchen oder so. Also selber gesucht schon, aber ohne nachzuschlagen. So, wir gehen erstmal hier runter. Die sind relativ harmlos. Sehen auch ein bisschen merkwürdig aus und passen, wie ich finde, gar nicht so sehr in das Souls-Universum. Die tun einem nichts weiter. Halt. Halt. Ne. Ok. Davon ist nochmal ein drehender Baum. He. 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 Der tut uns nichts. Der ist dezent im Weg rum. Gibt immerhin ein paar nette Seelen. So. Schön wieder her zurückzukehren. Da geht es hoch. Da gehen wir gleich rein. Und hier hinten liegt einer rum. Fuck. Müssen wir uns ein bisschen vor dem großen in acht nehmen. Der da gerade aufgestanden ist. Fuck. Fuck. Hier hinten würde ich natürlich jetzt nicht rein. So. Komm erstmal mit. Gut gerettet. Er hat ein paar üble Moves drauf. Was macht er jetzt? Er hat auf jeden Fall. Ah genau. Jetzt haben wir auch verlangsamt. Stimmt. Ihr seht, wir machen auch wenig Schaden bei dem. Aber. Die lassen ganz gut Seelen fallen. Das geht gleich wieder vorbei mit dem langsamen Bewegen. Dauert ein bisschen. Durch zweihändig betteln. Die sind halt selber sehr langsam. Und da kann man. Gut um die drum rum. 600 Seelen. Droppen auch die Sachen, die die anhaben. Oh. Was hat der da? Na toll. Okay. Gut. Dann halt eben nicht. Was hat der? Oh. Eine Kriegerseele. Oh. Hier noch was? Ne. Gut. Gehen wir mal hier drüben. durch den eingestürzten Eingang. Hier oben dürfte uns glaube ich auch nochmal so ein großer erwarten. Okay. Wenn man das macht einfach drauf hauen. Und hambern. So. Und jetzt kommen wir auch zu dem Item ran, was wir vorhin schon mal links gesehen haben. Wir sind nämlich von da hinten gekommen. Und dann dort hinten irgendwo ist das Leuchtfeuer. Man sieht es da hinten ganz leicht schimmern. Und was haben wir? Wir haben den Wolfsring gefunden. Verstärkt Balance. Ich lass mal den mit der Verteidigung drin. Das war es im Prinzip schon von dieser kleinen Bonus Area. Komplett Balance. So. So, da sind wir wieder, da oben liegt nämlich schon einer, gehen wir gleich hin, zuerst hier hinten nochmal in die kleine Nische rein. Aufpassen, hinter uns kommt jemand raus. Da hängt irgend so ein Vieh am Baum. Ich weiß gar nicht, macht das auch mal was oder? Nö. Die Partisane liegt hier rum, die ist auch nicht verkehrt, aber auch die werden wir nie benutzen. So, dann nehmen wir uns mal die dicken hier vor, hier liegen ein paar rum. Das ist mal den hier. Das Gute ist, wenn man die am Anfang gleich zwei, drei mal gut drückt, dann machen die erstmal ihren Zauber. Wir könnten Ruhe draufhauen, und dann sind die schnell kaputt. So, nicht hier einfach mitten durch. Wir gehen mal am Rand links entlang. So, da liegt hier vorn gleich der Nächste. Man kann die erst angreifen, wenn die ein Stück aufgestanden sind. Genau, ich glaube zwei Schläge waren das, dann machen wir den Zauber und dann gehen wir nur gegen Verprügeln. Einer noch. Schön. Klappt ja gut, da hinten hängt auch nochmal so ein grünes Irgendwas dran. Klebt? Ne, klebt nicht mehr. Okay. Gut, dann hier vorn, da ist nochmal einer. Man könnte hier locker drum rum gehen durch die ganzen Großen. Direkt zum Boss. Der ist nämlich hier hinter uns oben. Lässt auch nichts fallen. Na gut. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ah, das geht. Dann würde ich direkt aus dem Erdboden raushauen. Nein. Oh Gott sei Dank. Nein. Hier liegen nämlich zwei rum. Dann liegen sogar vier von den Grünen rum. Ich hab total verplant. Okay, ich trinke mal einen Schluck. Nein. 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 Boah. Fuck. Nein. Das war knapp. Oh, oh. Ich häng. So, jetzt gehe ich kaputt. Komm schon. Ach, Gott sei Dank. So, wo ist denn der andere? Ist er wieder zurückgegangen? Ach. Nein. Ich Idiot. Niemals looten. Bevor nicht alle Gegner tot sind. So, dann komm mal her. Sehr gut. Auch nichts fallen lassen. Na gut. Manchmal lassen die ihr Schwert oder ich glaube sogar das Schild fallen. Moos klumpen. Und nochmal ein Moos klumpen. Elite-Ritterrüstung. Die ist super. Die hatte ich nach meinem ersten Durchspielen. Ich glaube, die hatte ich fast bis zum Schluss an. Können wir mal kurz schauen. Aber die ist halt relativ schwer. Wir bleiben einfach mal bei der Liebesrüstung. Haben wir noch was zum Verzaubern? Ne, das ist alle mal verdammt. Na gut. Okay, gehen wir hier oben rein. Durch den Nebel. Und dann kommt der nächste Boss. Der Mondlicht-Schmetterling. Da oben ist er. Böses Tierchen. Denn. Achso, doch. Warte mal. Wir haben ein paar Pfeile dabei. Könnten den theoretisch so ein bisschen betteln. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn er da seine Zauber macht. Denn die können recht übel sein. Oh, verdammt. Oh, seht ihr das? Das war schlecht. Er hat aber noch einen anderen Zauberspruch. Der hier. Der ist richtig übel. Nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Wir haben uns einmal getroffen. Scheiße. So, und da kommt nämlich alle paar Sekunden dann mal hier vor. Geflogen. Und. Scheiße. Ui. Das war gut. Komm schon. Nein. Boah, zaubert euch aber eine Menge aus dem Hut. Kommen wir jetzt mal hier vor. Komm. Dann müssen wir nicht immer mal. Och, das finde ich. Immer mal auftanken. So, jetzt kommt er hier vor. Und dann können wir in Ruhe ein paar auf den Kopf hauen. Und wir müssen dann aber nicht. Wir dürfen nicht so gierig sein. Der erzaubert nämlich nochmal was. Dann müssen wir weg. So, vielleicht kriegen wir jetzt Pfeil und Bogen. Oh, da haben wir Übelglück gehabt, dass ich da nicht reingerollt bin. Okay, wunderbar. Das war es sogar schon. Das ging ja besser als gedacht. Gut, dann haben wir die Mondlicht-Schmetterling-Seele erhalten. Sehr gut. Ein paar Seelen müssten gleich dazu kommen. Einmal Menschlichkeit noch. Ja, 10.000 Seelen. Sehr gut. So, dann gehen wir hier hoch. Wir nehmen dann auch gleich mal ein Heimkehrknochen. Und was finden wir hier? Hier sehen wir eine alte Schmiede. Wachturm-Kellerschlüssel. Und die göttliche Glut. Und noch ein Heimkehrknochen. Sehr gut. Wir nehmen jetzt einfach mal ein. Laufen nicht den ganzen Weg zurück zu dem versteckten Leuchtfeuer, sondern nehmen die Abkürzung durch den Teleport. Oh, okay, okay. Da bräuchten theoretisch ein paar Moosklumpen. Oh, für später. Denn es kommt noch eine Gegend, da sind die relativ wichtig. So, gehen wir in die Tiefen oder gehen wir noch nicht in die Tiefen? Wir geben erstmal den Schmied, der hier vorn hockt, die Glut, die göttliche. Dann könnte man nämlich Waffen umwandeln zu göttlichen Waffen halt. Hallo. Klar, hier. So, Waffe umwandeln. Könnten wir jetzt eine göttliche Uchigatane machen. Und wir könnten auch welche. Hier oben würde das dann wieder zurück umwandeln. So, die göttliche Uchigatane, die würde 91 normalen Schaden machen und 111 Magie Schaden zusätzlich. Ist natürlich nicht schlecht. Scaled dann allerdings mit Beweglichkeit statt B nur noch mit D. Dafür allerdings ist das Magie rechts unten. Mit C dann. Aber wir lassen die jetzt erstmal so, wie sie ist. Wir wollen die auf plus 10 bringen. Und dann später noch mit dem Zauber updaten. So, Waffe verstärken geht immer noch nicht mehr. Ich überlege gerade, wann? Oder wie war das, dass man Waffen auf 10? Boah, ist das lange her. Gucken wir die Rüstung verschaffen? Achso, wir haben überhaupt keine Scherben dabei. Okay, na gut. Ausrüstung reparieren. Halt, Moment, warte mal. Gegenstand kaufen. Wir kaufen jetzt mal Waffen. Was, die Waffenschmiedekiste? Müssen wir nicht immer zu dem Rüstung? Ja, die Reparaturkiste können wir auch mal mitnehmen. Okay, vielen Dank. Könnten wir noch mal als 2 Level könnten wir noch mal aufsteigen. Vitalität auf 15 wenigstens bringen. Beweglichkeit wird nur 5 Schaden mehr machen. Mit dem Bogen auch noch mal 5 Schaden mehr. Komm, wir machen Vitalität auf 15. Das reicht dann erstmal. Aber da ist mal genug. Tja, wunderbar. Ich würde sagen, das war's für heute. Die Zeit ist rum. Und ich bedanke mich für's Zusehen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.